Musik 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 Ja, ok Von 2 Seiten Das ist unfair Einfach nach Ein bisschen nach Vor Äh, das ist Team Blau Was? Echt? Ich habe ihn jetzt Ja, irgendwas Blaues habe ich glaube ich je gesehen Der hat eine Dier rissen da vorne Bringt ihm aber auch nicht so viel Weil wenn wir den Block haben, müssen wir ihn nur mal runter schubsen Jetzt hat einer auf mich geschossen Karton nicht getroffen Ich habe es gesehen Alter, weißt du wie knapp der vorbeigegangen ist Jetzt Ich schieße mal einfach in die Base, vielleicht treffe ich was Aber das war nicht in die Base Ein, zwei sind vorne im Blau, im Roten Bereich Echt jetzt? Ja Au, jetzt wurde ich getroffen Ja, jetzt greifen sie an von Rot aus Was? Ich habe mal irgendwie, ähm Ich habe einen Bogen für das Das ist nicht, äh Was? XXNick ist bei uns Der ist gar nicht in unserem Team Ja Da steht er mit dir Rüstung, ich habe ihn einmal getroffen Boah Boah scheiße Ich brauche nur den verdammten Block Ich brauche nur den verdammten Block Ich blopp Der ist gar nicht mehr da Ja Doch er ist wieder da Ich gehe wieder zurück und fahre auf die Base auf Ja Dann haben wir Rohstoffe, machen besser, wir werden ausrüstung für uns alle Das sieht gut aus von den Rohstoffen her Das sieht gut aus von den Rohstoffen her Ich muss jetzt kurz Boah, 27 Eisen Was? Ich habe noch 7 Gold Oh, was hast du für einen Bogen? Den einfachsten Um 2 Gold, glaube ich Ok, dann mache ich den dann später gleich den um 12 Gold Oh Ich habe schon 12 Gold, dein Bogen wird angefertigt Boah, jetzt Boah, der hat mich erschrocken Boah, der hat mich erschrocken Der rennt vor mich und ich dachte gerade, wer ist denn das? Hä? Was sind denn die? Ups! Ok, dein Bogen ist in der Truhe Upsi Ich habe noch Probleme mit der Stelltaste Bei uns steht ein Zombie da oben Wo denn? Da oben Kann man glaube ich nicht treffen Oder doch? Oh nö, er ist gestorben Was, er ist gestorben? Ähm... Jetzt gehe ich vor, jetzt gehe ich vor Ja Ich gebe da noch meinen anderen Bogen, also meinen alten ran Falls irgendjemand stirbt Ich weiß es ist ein anderer auch noch drinnen Aber mehr ist besser als zu wenig Lol, ist der gestorben? Ja Deshalb gehe ich jetzt vor Wer hat das zugebaut? Ich kann nicht sehen Das war wahrscheinlich er und ich habe keine Spitzhacke Boah, er schießt auch Aufpassen Aufpassen Wow, starker Bogen Wirklich jetzt Ok, ich glaube die haben gute Sachen Wo die die Rüstung hier haben, die kann man gar nicht kaufen Echt nicht? Ich schau mal ganz kurz Ich schau mal ganz kurz Ich schau mal ganz kurz Nein, pass auf, ich muss wieder zurück Der andere kommt eh vor Ich schau nur kurz was Außerdem müsste eh wer auf die Base aufpassen Oh, da ist Gold, da ist Gold Wie viel? 2 Ok Ich habe noch eins Ähm Plus 3, plus 4 Eisen Gib her Spitzhackenblöcke Ich mache dir eine gescheite Spitzhacke Ja Ok, eine Spitzhacke brauche ich jetzt nicht so eine gute Äh, Fahrzeug Eine Goldspitzhacke Was? Oh, die Goldspitzhacke ist perfekt Hey, es gibt wirklich kein Wo hat denn der die wirklich her? Wer? Oh, Moment mal Hier Eine extrem gute Eisenrüstung Eisenbeinschutz Ja, den Ups Den habe ich auch jetzt schon gesehen Hat der jetzt jemand in der Basis geschossen? Das war ich unabsichtlich Oh Wo kann man das machen? Ich bin 9 Gold, oh mein Gott Äh Blo passt aber auch immer auf Ich sehe das wirklich nirgends Naja Ich passe ja auf Oh Ich weiß, sie haben mir eine zweite Bs eingenommen Ich hole mir jetzt auch eine zweite Ja, ok Da kommt wieder Gold Ich hole mir das schnell und gebe es in die Truhe Oh, Blöcke Viele Blöcke Da drinnen sind Blöcke Jetzt habe ich mein Schwert reingegeben Oh, jetzt ist... Moment, ich gehe wieder nach vor Achso, der wurde schon wieder gekillt Scheiße, echt Der hat doch keine Rüstung, warte mal Sag ich mal Sag ich mal, soll ich Rüstung machen und du passt vorne auf Äh, Lederrüstung? Moment mal Lederrüstung müsste noch in der Kiste sein, von dir, gell? Mhm Bei dem Rüstung ist er ein bisschen in der Kiste, von mir Was hast du denn geschrieben? Dass es in der Truhe ist Ja, der Bogen ist von mir Ja, ich habe auch meinen reingegeben Oh, Alter, schon wieder dieser Idiot Boah, dann schon wieder Ich übernehme die zweite... Nein, Alter, schieß sie ab, schieß ihn ab, Flo Da drüben will einer vor mir Moment Wem soll ich abschießen, diesen... Da drüben baut einer Wo, wo? Bei, äh, Blau? Bei Rot drüben, der baut Richtung Grün Scheiße Wett mal Wett mal Ich muss mich... Ich weiß nicht, wie ich dazu hinkomme Ja, ich sehe schon Ich sehe schon Da, ich sehe schon wieder einen Namen Das ist aber ein guter Glaube ich Au, der hat mich getroffen Okay, so... Scheiße, ich muss zurück, ich muss zurück Warum? Ich... 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 Ich habe schon mehr als die Hälfte vom Leben verloren Essen ein bisschen in der Kiste sein Ich würde ehrlich gesagt sagen Wir machen hier jetzt unsere Base so sicher, dass man sehr viel TNT braucht Und bauen uns einfach nur mal zu Team Grün, wie du es gerade schon machst Also, dass man quasi sehr viel TNT braucht Dann können sie nicht so leicht ran Ich bin gleich bei Grün, sieht man das? Ja, ich... Hab dir eh gerade zugeschaut Da wird sicher voll viel rumliegen Hoffe ich Damit das nicht umsonst ist Äh... Äh... Blöcke, Spitzhaken, Kiste... Äh... Tränke... Was brauche ich nochmal? Was wollte ich denn jetzt? Ah ja Die Blöcke wollte ich Ja, hier Kloster Sobald ihr als erstes drüben bin, kann ich sie einfach mal runterschießen und hab... Gewonnen Ich mache jetzt die... Oh nein, sie schießen auf mich, sie schießen auf mich, sie schießen auf mich Sie schießen auf mich Scheiße Ich bin drüben Okay, gut Wer hat er jetzt schaden bekommen? Alter, alter nein Ich muss was fräsen Da ist ein blauer Bei mir Ich brauche Hilfe Ja Ist er bei uns? Er ist tot, er ist tot, er ist tot Der grüne Block steht sogar noch Und da nur mein Fuck, fuck fuck, ich muss rennen, ich muss rennen! Ich muss rennen! Ich muss rennen! ich muss wenn ich muss wenn ich muss wenn ich muss wenn ich muss denn ein paar goldene äpfel bitte moment also der weg rüber ist gesichert drüben kann man nicht sammeln wenn man mich interessiert ist wie darüber gekommen ist ist der klar der eine was bei uns jetzt war den ich gekillt habe der war bei uns sollte den block haben holen ist er vielleicht ja team grün hat dem ach so sie sind ja schon tot sind alle einfach geläftet das ist es hatte wo geht's goldene öffel los schaut drauf dass die da die habe ich schon gesagt die sind begründlich drüben er hat sie nicht eingebaut wo sind die konneppeln dazu gebaut ich war das nicht ich war das wirklich nicht die kann man nicht mehr abbauen das haben die anderen gesetzt weil sonst könnten wir es abbauen bitte nicht die kiste ok gut ich muss mehr TNT warten ich schreibe es ihm hast du TNT nein da ist er nicht mehr probleme schreibe es ihm haben das schreibt gleich dazu dass man da TNT baut ich geh jetzt die problematik Was? Wo? Wie? Was? Wo? Wir sind in Team Grün drüben Scheiße Nein, die cheaten auf jeden Fall Die haben volle Eisenrüstung Das geht ja gar nicht, das gibt es ja gar nicht zu kaufen Nein, die Rüstung haben die komplette Komm, wir schaffen das trotzdem noch Tränke, was geht's denn da? Fünf Gold haben wir jetzt Ich glaube, da kommt einer Ja, da kommt einer, da steht einer auf deinem Weg Aber noch bei Team Grün, da gerade Der Hacker hat das in die Luft gesprengt Ist der dumm? Ja, das wir nicht Wir haben Probleme Ja, aber er könnte ja einfach rüber Wenn er eh TNT hört Das hätte ich zumindest gemacht Wir haben nur noch die Hälfte Wie die Hälfte? Wir können uns keine Bögen und nichts kaufen Wieso nicht? Weil das zu ist und das TNT ist auf der anderen Seite Was? Ah genau, hörst du mir überhaupt mal zu? Ich war konzentriert Würdest du den Weg bitte weiter bauen? Wir sind hier in Ruhe Ja, wir müssen entweder zu Ne, wir müssen zu rot Oder geradeaus Ja, jeder ist rot Oder zu grün Scheiße, das Essen ist das auch links? Ich glaube Ich habe aber noch Bier, Fleisch und Energie Einfach schnell geradeaus bauen Die sind beschäftigt Moment mal, ich baue aber hier jetzt einfach zu Neben mir Ich habe keine Spitzhacke Ich muss das abbauen hier Oder geht das so auch? Er geht so auch Okay, jetzt habe ich Angst Einfach bauen, schnell Komm, komm, komm Was ist, wenn mich einer runterschießt? Haben wir noch Sachen? Ein bisschen nicht mehr viel Wetten wir, die haben das bei Team Rot auch zugebaut? Ne, ja Komm, bist du gleich bei mir? Warte, warte Die schießen mich ab, die schießen mich ab Ren Ja, ich bin tot Scheiße Ich habe noch Blöcke Ja, und ich kann jetzt keinen Pfeil mehr kaufen Weil das auf dieser Seite ist Und Rüstung glaube ich auch nicht Wer hat denn alles aus der Kiste genommen? Team Grün wurde angezündet Komplett Okay, ich glaube das reißen wir hier nicht mehr Aber sag niemals nie Das ist echt die mieseste Art Das macht ja keinen Spaß mehr, wenn das zugebaut wird Ich kann mir nicht mal mehr ein Schwert kaufen Und gegen Hacker kann man das so Das finde ich so idiotisch Dass man dann einfach plötzlich Kommst du her? Wo bist denn du? Vor allem auf dem Weg noch Ich habe keine Sachen Ich würde dir Blöcke gehen, dass du einfach weiterbaust Moment Ich habe 5 Gold, das lege ich in die Kiste Ich habe 16 Gold Ich Ja, das würde ich gar nicht mit nach vorne nehmen Jetzt ist es egal Wir haben gar nichts mehr und sind verloren Ich kaufe nur noch kurz eine Spätsacke Ja Ja, ja Gleich einmal 6 Herzenabzug pro Schuss Was? Okay, aber ich glaube das ist nicht Irgendwie gecheatet oder so Weil das gibt es, glaube ich Was schreiben, dass ich die letzten Sachen habe Flo, kommst du her? Ja, ich Komm schon Hier sind einmal ein paar Blöcke Bau so weit wie du kannst, bitte Wir müssen uns hier einfach auch ein Dach machen Das wäre aber auch nicht schlecht Könnte man uns gar nichts mehr tun Okay, ich habe es Soll ich es machen? Einfach nur bauen Ich mache gerade neue Blöcke für dich Ziegelsteine Moment, ich habe den Den anderen Bogen mit Ich bringe den nur kurz zurück, wenn ich sterbe Oh, die können mich einfach von Die können mich abschließen, obwohl sie mich nicht mehr sehen Ja, das ist ein Bug in Rush Das gibt es manchmal Achso, das ist ja Beast Mode Aber in Rush gibt es das Soll ich wieder nach vorne? Einfach Ja Die schießen aber schon wieder Oh, komm, renn einfach Rennen und bau so weit wie du kannst Da Da Nein, bin tot Was ist einer bei uns? Nein, aber Sie treffen mich durch die Mauer Okay, da Nee, so macht es wirklich keinen Spaß Ich Wie kann man nur so dumm sein und einfach mal den Team alles zubauen? Er hat es aber überall gemacht, haben die es Aber wir gehen da Wie hat denn der das gemacht? Ich bin ja die ganze Zeit da gestanden Ich war auch immer hinten Und der ist neben mir gewesen Ich weiß gar nicht, wie der das geschafft hat Das sind Hacker Bitte mit dir Rüstung Ja, stimmt Die gibt es nicht zu kaufen Also irgendwas ist da faul Aber wie öffnet man den Lokalchat? Gebt man hier vielleicht mit Slash 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 L Nee, ich bin geläffter Idiot Ah, ich weiß wie Ich bin getroffen Ich bin getroffen Ich bin getroffen Ich bin geläffter Ich bin geläffter trotzdem auch. Ja, auch egal. Dann Schluss. Ja, dann würde ich sagen, was das jetzt ist. Ich hoffe übrigens, es macht euch jetzt nichts aus, dass jetzt in den letzten zwei Tagen nicht wirklich was gekommen ist. Das wird sich hoffentlich bald wieder bessern. Na gut, dann ciao, Leute! Ciao!